so hallo und herzlich willkommen freunde zu einem neuen video zu seelda scrolls online wie die meisten wahrscheinlich schon am titel erkannt haben und weswegen ihr das video angeklickt habt das feiertagsevent das hexenfest steht vor der tür ich habe mir gedacht ich mache euch zu dem hexenfest mal ein kleines news video ankündigungs video wie auch immer indem ich euch einmal sage wann fängt es an wie startet ihr das ganze wann endet es und was gibt es dort abzugreifen um zuallererst würde ich sagen fangen wir einmal an mit wo gibt es das ganze sowie startet ihr das ihr startet das ganze ganz einfach ihr geht in den kronen shop wenn das hexenfest beginnt dazu näheres später im video und dort wird dann wahrscheinlich entweder hier im schaukasten eine quest sein die ihr kostenlos annehmen könnt oder es wird ein feiertags reiter wahrscheinlich hier drin sein eine feiertagskategorie in der ihr das dann annehmen könnt das wird man dann sehen das kann ich jetzt leider auch noch nicht sagen zur einstimmung auf das feiertagsevent wenn wir gerade schon mal hier sind gibt es gerade im kronen shop wieder ein paar kleinigkeiten zu erwerben da könnt ihr euch mit masken zum beispiel wir aktivieren hier eine so eine eulen maske zum beispiel oder auch die katzen maske so die könnt ihr euch da schon mal holen für jeweils 500 kronen und das zombie pferd ist für kurze zeit wieder verfügbar bei dem zombie pferd da ist schon zum letzten event gekauft habe kann ich euch jetzt auch nicht sagen wie lange das verfügbar sein wird am besten wenn ihr das video seht zügig nachgucken wenn ihr daran interessiert seid da ich ja wie gesagt das zombie pferd schon habe werde ich das einmal hier für euch weil eben da drauf steigen und dann könnt ihr immer sehen so sieht es aus mir persönlich gefiel es damals auf dem bild irgendwie besser so und jetzt im nachhinein mag ich damit nicht so gern rumlaufen aber ich glaube fürs event werde ich dann doch mal wieder auspacken ja das war einmal das pferd und die paar gegenstände die im kronen shop sind kommen wir noch mal wieder zurück zur zum start beziehungsweise zum ablauf der quest also wie bereits erwähnt ihr startet die quest im kronen shop da erwerbt ihr sie für 0 kron startet sie und dann müsst ihr eine kleine questreihe machen ihr müsst glaube ich ein kürbis und ein paar innereien und noch irgendwas müsste glaube ich abliefern und so weiter wenn ihr das ganze dann nachher gemacht habt dann erhaltet ihr einen gegenstand der heißt pfeife der hexen mutter die pfeife der hexen mutter habt ihr vielleicht auch schon wenn ihr das letzte event gemacht habt und braucht dann diese quest nicht noch mal machen so wie in meinem fall jetzt die könnt ihr dann aktivieren das ist im menü über euren andenken zu finden sondern kommen jetzt ein paar rahmen und dieser kessel hier erscheint aus diesem kessel könnt ihr dann einmal trinken rein damit und dann habt ihr zwei stunden lang 100 prozent ep bonus der sich auf alles andere was sie an bonus habt addiert also zum beispiel zu eurem iso plus 10 10 prozent dazu und auf noch eine abbrosia oben drauf oder eine schriftrolle je nachdem so wenn ihr dann noch erfrischt dazu seid so dann habt ihr auf jeden fall ein mega xp epus der der es in sich hat so perfekt um einen neuen charakter hochzuziehen zum beispiel ja aus diesem kessel können natürlich auch alle eure gruppenmitglieder trinken so reicht dann also quasi im endeffekt wenn das eine hat und habt ihr zwei stunden ep bonus ist er abgelaufen trinkt ihr einfach noch mal wieder daraus so habt ihr quasi während des events die ganze zeit ein minimum von 100 prozent ep dann kommen wir zum loot was gibt es zum zum loot zu sagen und zwar kommen da gibt es da folgende sachen die ihr bekommen könnt und zwar plünder schädel die plünder schädel bekommt ihr von mächtigen gegnern in gewölben gruppen verließe öffentliche verließe prüfungen arenen oder auch bei dunklen ankern aus diesen plünder schädeln das sind so kleine behälter kann man sagen wie man sie kennt da könnt ihr dann daraus zum beispiel folgende sachen erhalten entweder ein kapitel der kürbisfratze oder das ganze stilbuch kürbisfratze wenn ihr sogar glück habt ich habe es beim letzten mal locker geschafft und der rest der gilde auch also wir hatten so viel kürbisfratze stil seiten nachher dass wir schon gar nicht mehr wussten wohin damit wir haben die schon mit zwei dritt vier fünf charakteren nachher gelesen so weil weil es einfach ja weil es weil man sie einfach während des events quasi hinterher geschmissen bekommen hat ich habe mich hier jetzt einmal auf meinem level 20er hüter eingeloggt weil der nämlich zufällig das kürbisfratze stil trägt einfacher grund das war halt das was ich mir halt zum leveln gemacht habe so weil ich halt am meisten stil material davon hatte so dachte mir das passt jetzt ganz gut kann ich euch hier einmal zeigen wie das ganze aussieht wenn man es dann trägt ja was gibt es denn noch mal schauen ich habe mir hier so ein paar notizen gemacht dann gibt es noch was auch noch im loot der plünderschädel sein kann ist zum beispiel eine rune kiste in der rune kiste sind zum beispiel verschiedene masken enthalten zum beispiel eine kürbis geister maske eine vogelscheuchen geister maske kürbisfratze geister maske dick wie heißt das ding dickicht geister maske was auch immer das sein soll verschiedene rezepte zum hexenfest zum letzten hexenfest hatte ich zum beispiel das ist jetzt aber leider auf einem anderen charakter hatte ich zum beispiel ein rezept bekommen was zum beispiel die maximale ich glaube das heißt gebräu der hexen mutter oder sowas ich bin mir gerade nicht ganz sicher das erhebt zum beispiel die maximale magiker und das maximale leben an und zusätzlich noch die magiker regeneration das war sehr geil ist auch nicht ganz so oft gedroppt also einige weiß ich bei uns die hatten es tatsächlich nicht bekommen was gab es denn noch dann bekommt ihr noch einrichtungsgegenstände und baupläne für ja euer haus stil materialien für die kürbisfratze handwerksstile natürlich und eine auswahl gruseliger gegenstände wie würmern krabbeltieren innereien und anderen kleinigkeiten ja zum kronenstopp haben wir ja gerade schon gesagt da gibt es halt die masken das wert und dann wird es noch etwas ganz besonderes geben so und zwar da freue ich mich ein bisschen drauf und zwar werdet ihr während des events eine hütte die ich euch hier gleich einblende kaufen können für spielgold sowie es da stand ich hätte sie gerne auch für kronen gekauft aber das stand leider nur für spielgold ich denke mal die hätten schon das wort kronen erwähnt wenn es es hätte wenn es für kronen gegeben hätte um diese hütte allerdings kaufen zu können braucht ihr eine berechtigung diese berechtigung ist folgendermaßen zu machen und zwar wenn ihr einmal in euer tagebuch auf die errungenschaften und dann auf die feiertagsevents geht dann habt ihr unten die verschiedenen errungenschaften die ihr beim hexenfest bekommen könnt so wie ich es verstanden habe müsst ihr um euch diese hexenhütte kaufen zu können der preis ist da leider nicht genannt worden sonst hätte ich euch den auch verraten müsst ihr die errungenschaft eine gute ernte bekommen haben um eine gute ernte zu bekommen müssen wir zum beispiel kürbis passt gut zu innereien plünderschädel fanatiker ernte des schnitters sowie kürbisfratzwirz amüsieren bekommen so da können wir mal schauen die sind ja hier auch drinnen hier ist zum beispiel kürbis passt gut zu innereien trinkt das gebräu also den bekommt man easy dann kürbisfratzwirz amüsieren da müsst ihr erlernt den stil den kompletten stil müsst ihr da bekommen der ist hier jetzt natürlich nicht freigeschaltet weil ich das auf meinem hauptcharakter natürlich alles gemacht habe und den plünderer schädel glaube ich mussten wir auch dafür haben ja plünderer schädel fanatiker mussten wir auch dafür haben zum beispiel und ernte des schnitters auch also quasi alle die hier aufgeführt sind die müsst ihr alle machen ernte des schnitters schließt die quest tauschhandel der hexenmutter ab also das bekommt er dann auch automatisch scheint mir nicht allzu herausfordernd zu sein verdienen euren ersten plünder schädel 50 also insgesamt 100 plünder schädel müssen wir bekommen wenn ich mir das gerade mal so durchgucke werde ich auf meinem hauptcharakter wahrscheinlich da schon gar schon alles abgeschlossen haben das wäre natürlich super dann werde ich nämlich sehen dass ich mir da diese hütte besorge und kann dann gechillt meinen hüter weiterleveln das ist nämlich mein plan gewesen für dieses event ist eine super gelegenheit um den hochzuziehen gut wenn ihr es bis hierhin durch gehalten hat meinem geschwatze zuzuhören dann bekommt ihr jetzt die haupt info von mir die ihr neben einem dankeschön natürlich die haupt info wegen während wegen der barbaba waschlappen im mund wieder wegen der ihr natürlich das video angeklickt habt und zwar das hexenfest beginnt am freitag dem 20 oktober um 16 uhr und läuft bis mittwoch den ersten november um 15 uhr so also ich denke da sollte eigentlich jeder mehr als genug zeit haben um das ganze hier fertig zu bekommen und um das event auch schön für sich nutzen zu können ja freunde ich bedanke mich herzlich bei euch dass ihr das video eingeschaltet habt so wenn ich irgendwas vergessen habe ich habe mir eigentlich mühe gegeben und mich ein bisschen informiert bevor ich das video gemacht habe aber sollte ich doch tatsächlich was vergessen haben dann schreibt es mir gerne in die kommentare auch zum beispiel für die anderen die das video dann schauen und ja das war es von meiner seite daumen nach oben wisst ihr daumen runter meinetwegen auch immer gerne alles was euer herz begehrt in die kommentare ganz wichtig und bis zum nächsten mal haut rein bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal.